Hey, what's up guys, SKG Arbeiter hier bei Ninja Garden Black, Master Ninja Mode und ja, wir sind jetzt wieder im Äquaduct, sind in Chapter 13 Wo kommen wir hier raus? Achso, hier wieder Na komm Komm, ja, jetzt So, okay Ach du Kerl Okay, gut So, weg hier So, jetzt bin ich wieder hier hinten So, Moment, da ändern wir mal kurz was Nympho um Okay, sehr nice So, jetzt bin ich wieder Na komm Okay Wie viel Geld haben wir denn jetzt inzwischen wieder? Okay, fast voll Das finde ich sehr gut Oh, das haben wir ja frei gemacht Das kommt hier ja so in einem Cutscene Wo ist es? Wo ist es? Er ist wandern hier irgendwo, meine Excellency Wer weiß, was er geht? Und der Dark Dragon? Wo ist es? Und der Dark Dragon? Es scheint, dass der Dark Dragon, jetzt frei von seinen Zeilen, ist gradulierend Sie verabschieden das Chaos des Battlefeldes und werden eine wirklich schwelle Blades. Es ist nicht verrückte, dass wir nicht wissen, dass es die richtige Kapazität ist. Und die Angelegenheiten waren sehr vorsichtig, um ihn zu verabschieden. Jetzt ist es ein Wettbewerb von großartigem Wettbewerb, die wie von denen noch nie in unserer Geschichte in der Humanität nicht gesehen haben. Wer es hat... Ich sensiere dich in deinem Sprache? Natürlich nicht, Existenz. Gut, das ist wunderschön. Du wirst wunderschönen, ich versuche dir. Ich versuche dir ein Blades zu nehmen. Du wirst gestorben, ich versuche dir ein Blades zu nehmen. Du wirst jetzt einfach mehr, ich versuche dir zu sprechen. Ich versuche dir ein Blades zu nehmen. Okay, jetzt ist der Raum leer. Geil. So, wieder volle Energie. So will ich das sehen. So, genau so. So, jetzt kommt da noch ein dritter, wissen wir ja. Okay, sehr cool. So, dann würde ich sagen, wir speichern jetzt hier erstmal ab. Ich werde jetzt mir erstmal wieder alles auffüllen an Gegenständen, die ich jetzt mehr oder weniger verloren habe. Soweit. Wir sehen uns mit maximalem Geld wieder. Ja, und dann geht es weiter in Richtung Chapter 3. Finish Awakening. Also, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Und ciao.